Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es rund um Haare. Meine Tipps für euch. Viel Spaß. Also als erstes möchte ich euch erzählen, dass meine Haare früher ganz anders waren als jetzt. Darum mache ich auch dieses Video, weil es wirklich geholfen hat. Also ich hatte wirklich dünnes, sehr sehr feines und total spuröses Haar. Also wenn ich ein Haar genommen habe, ein bisschen nur daran gezogen habe, war es sofort, ist es auseinandergerissen und jetzt ist meine Haare richtig stark geworden. Haare sind so unglaublich wichtig, also um sich wohlzufühlen. Im Model Business habe ich dann auch mich nicht immer ganz so wohl dann mit meinen Haaren gefühlt und wollte einfach auch so schöne Haare haben wie die anderen. Das Problem war auch bei mir, ich konnte meine Haare irgendwie nie länger dann als so haben. Ja, weil sie halt sofort Spliss hatten, kaputt gegangen sind. Eines Tages bin ich dann tatsächlich auf ein Wundermittel, ein natürliches Wundermittel gestoßen und zwar Rizinusöl. Rizinusöl. Also das packe ich auch jetzt mal an erster Stelle, weil es wirklich geholfen hat bei mir. Erregt die Haarwurzeln an, die vorhanden sind, aber es noch nicht geschafft haben, hochzukommen. Schön Rizinusöl auf die Kopfhaut einmassieren, mindestens einmal die Woche. Konsequent mindestens ein halbes Jahr, bis ihr ein Resultat seht. Ich kann euch versichern, dass es hilft. Ich war bei meiner Friseursin und die meinte, als sie mir die Haare geschnitten hat, meinte sie, dass hier so viele Haare abstehen, neue Haare. Und das hatte ich vorher nie. Sechs Stunden oder über die Nacht mindestens einwirken lassen. Ich tue es euch auch alles nochmal, was ich jetzt heute erzähle, was ich benutze, mache und tue, in die Infobox als kleine Übersicht, wo ihr das vielleicht auch, wenn ihr wollt, holen könnt. Und wer auf jeden Fall kräftigeres, voluminöseres und auch glänzenderes Haar haben möchte, definitiv probiert, drehen sie das so aus. So, dann mein zweiter unglaublich wichtiger Tipp ist das schöne Ding, das wir jeden Tag benutzen. Die Haarbürste. Es gibt ja welche aus Metall, aus Holz, aus allem möglichen Material, aus Plastik. Das ist Natur. Also sollten wir auch Natur für unsere Haare benutzen. Haare waschen. Man kann tatsächlich beim Haare waschen super viel falsch machen. Also Haare waschen. Ganz wichtig. Bloß nicht mit heißem oder zu warmen Wasser. Ich empfehle eigentlich nur mit kaltem Wasser. Gut, ihr habt also euer Shampoo. Also nicht eure ganzen Haare, nur den Schaum in eure Kopfhau. Und dann spült ihr das Ganze mit kaltem Wasser aus. Wie gesagt, wenn ihr alles rausspült, wascht sich das automatisch raus, der Dreck von dem Shampoo, was von oben nach unten fließt. Somit stresst ihr euer Haar einfach nicht zusätzlich. Bloß nicht, nachdem ihr die Haare gewaschen habt. Haare kämmen. Vermeidet es. Weil eure Kopfhaut ist ja aufgeweicht durch das Wasser. Ob jetzt kalt oder warm, ist egal. Aber sie ist trotzdem leicht aufgeweicht und dadurch rupft, also lösen sich die Haare einfach schneller raus. Ja, wenn ihr Haare gewaschen habt und zu eurem Handtuch greift. Nicht so das typische so Sondern schön tupfen. Also Handtuch drüber. Tupfen. Tupfen. Genau wie die Haut. Die sollte auch nicht so gerubbelt werden. Und dann am Handtuch lieber ein bisschen tupfen. Ja, weil wie gesagt, wenn ihr eure Haare so krass grubbelt und macht, dann reiben die ja aneinander. Und auch da entsteht Spliss und eure Haare werden einfach unnötig strapaziert. Also schön tupfen. Lockenstab, Glätten, all diese Fizilbehandlungen, Föhnen. Sowas mache ich alles gar nie. Also es gibt klar mal ganz seltene Situationen, da muss ich die Haare föhnen, weil ich raus muss und es ist kalt. Okay. Komfort. Aber ich rede wirklich eher von dem... Also manche benutzen es sehr täglich oder wirklich regelmäßig. Und da würde ich echt drauf verzichten. Weil es ist einfach, wie gesagt, Hohan. Und Hohan ist absolut nicht hitzebeständig. Ja, also Hohan geht kaputt bei Hitze. Und ja, somit auch auch schön Haare. Dann färben. Also ich habe meine Haare schon öfters mal gefärbt. Am Anfang sah es noch schön aus. Aber dann nach einer Zeit hat man einfach gemerkt, scheiße. Ja, es war halt eine Erfahrung. Ich würde es aber nie, 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 nie wieder machen. Aber generell werden meine Haare auch eh im Sommer etwas heller. Von daher, ich akzeptiere, dass ich brünett bin. Und ich finde es auch toll, dass ich brünett bin. Also ich würde einfach empfehlen, mein Tipp, bitte nicht eure Haare werden. Es ist einfach der Tod für die Haare. Ich habe früher so Haargummis mit Metall genommen. Ich glaube, das macht heute sowieso kaum jemand. Aber ich sage es trotzdem. Haargummis am besten. Ich finde es am besten, wenn man Haargummi benutzt, die auch stoff. Ja, die sind einfach, da kann nichts, da bleibt nichts hin und da geht nichts kaputt. So, ganz wichtig. Vor dem Schlafengehen. Also wenn ihr langes Haar habt, ob zwei Zöpfe, ob ein Zopf, auf jeden Fall flechten. Und halt, wenn man so unruhig im Schlaf ist, verfilzen die Haare halt enorm, wenn sie halt aneinander reiben. Und ich mache das schon seit Jahren, dass ich mir jetzt einen Zopf mache, immer zum Schlafen. Und somit meine Haare halt auch vor es ist und Verfilzungen schütze. Dass man sich natürlich wirklich auch gesund und ausgewogen ernähren sollte, ist ja wohl klar. Ernährung heißt wichtig, Obst, Gemüse viel trinken. Und nicht nur Fast Food, Fast Food, weil so sieht man dann am Ende auch aus. Und auch die Haare, wie gesagt, sind ein Spiegelbild wie die Haut, wie ihr euch behandelt von innen. Und das zeigt es dann auch nach außen. So, dann kommen wir auch zu einer der allerwichtigsten Punkte. Also Haarkuren. Ja, also wir machen ja Gesichtskuren oder Reinigungskuren für innen. Es gibt ihnen so viel neue Energie und Kraft. Ja, die ganzen tollen Öle. Also meine Lieblingsölkuren. Avocado, Rizinusöl, Zitrone. Das Ganze zu probieren, das zeige ich euch gleich auch. Das ist so mein Favorite. Weil Avocado, Rizinusöl ist einfach so eine tolle Kombination. So, meine Zweitlieblingshaarkuren ist Eigelb. Olivenöl oder Rizinusöl oder was auch immer für ein Öl. Auch wieder ein bisschen Zitrone rein. Aber Eigelb ist einfach... Eure Haare glänzen so krass nach Eigelb. Schaut einfach, dass ihr euch wirklich natürliche Sachen in eure Haare klatscht. Nicht einfach in den Supermarkt geht. Ach, da steht ja Aloe Vera drauf. Wenn ihr mal hinten drauf guckt. Bezeichnungen, Dinge, die ihr gar nicht kennt. Also... Dinge, die ihr gar nicht kennt. Ich würde davon meine Finger lassen. Wenn man das so easy einfach zu Hause zack zack selber machen kann, spart man sich Geld. Und man weiß einfach selber, was drin ist. Ähm, ich werde euch jetzt auf jeden Fall zeigen, wie ich das so mache. Wie ich meine Hörkur in meine Haare manövriere. Ähm, es ist ein wenig bisschen zeitaufwendig. Ähm, aber ich meine einmal die Woche. Ich mache es gerne immer sonntags eigentlich. Du wirst aber immer so schöne Haare. Und ihr braucht das alles noch gar nicht. Ja, also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich, ähm, hoffe, dass ihr... Lai, lass mal stehen! Schau! Juhu! Etwas inspirieren lasse. Ja! Und jetzt, äh, ja. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und, ähm, wer Fragen hat oder auch Anregungen oder noch andere Tipps, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, wie gesagt, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mua! 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 Danke! Die kann ich gebrauchen. Die verliere ich nämlich wie die Socken. Das war das Ganze. Danke! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020